Yo, was geht ab meine Lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal und zwar habe ich letzte Woche ein Video über Ferro747 gepostet und zwar hat der Rapper einen neuen Track namens Money veröffentlichen wollen. Dieser Track kam nicht an den gewünschten, geplanten Tag, ja, es tut mir leid, ich hatte da mich irgendwie mit den Daten und mit den ganzen Uhrzeiten vertan, ja, also wer macht dann überhaupt diese ganzen Spät in der Nacht Geschichte? Seit wann ist das überhaupt so? Ja, meine Lieben Freunde, wen das auch raufregt, schreibt es unten in die Kommentare, Freunde, mich regt es übelst auf, dass mitten in der Nacht die armen Fans, so wie ich und ihr auch, ja, warum müssen wir mitten in der Nacht immer wach sein für diese... Wir sagen es nicht, meine Lieben Freunde. Ja, meine Lieben Freunde, also der Track wird jetzt, soweit ich weiß, heute Abend um 23.59 Uhr am Donnerstag, ja, so hat er es in seiner Instagram-Story gepostet, also heute Abend wird es definitiv erscheinen. Äh, Freunde, guckt auf Fero 47, da steht es drin, wenn ihr mir nicht glaubt, es tut mir wirklich leid. Also, meine Lieben Freunde, ich weiß nicht, wie ihr diesen Trick fandet von Fero 47, ich finde, die anderen Tricks, die er vorher released hatte, die fand ich definitiv viel stärker als Money, meine Lieben Freunde. Und ich weiß nicht, es ist, glaube ich, Geschmackssache, aber mit diesem ganzen, in dieses französische Money, Money, yeah, ich weiß nicht. Also, es tut mir ehrlich gesagt in den Ohren weh, ja, man merkt, da wurde wirklich mit einem Mischpult wirklich sehr viel gearbeitet, damit seine Stimme sich wirklich einigermaßen gut anhört für die Ohren. Aber es tut leider immer noch etwas weh, ich weiß es nicht, Freunde, also Fero 47, seine Stimme ist, in einigen Tracks ist es okay, aber in anderen Tracks ist es wirklich einfach nur lebensgefährlich für die Ohren, meine Lieben Freunde, ja. Also, der Track an sich würde ich mal, wenn es Schulnoten wären, eine 3 plus geben, ja. Das Musikvideo habe ich zum Teil mir reingezogen und ich würde sagen, das Musikvideo ist definitiv viel, viel geiler. Also, dieses ganze Rumgelikerei, äh, Rumgelikerei, ey, das müsste ich mal jetzt öfter sagen, ja. Diese ganze Rumlikerei, Freunde, wird nichts bringen, weil das Musikvideo ist, glaube ich, einzigartig in 4K, alles zu sehen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, heute Abend noch wach zu bleiben, am Donnerstag um 23.59 Uhr wird es erscheinen. Wir haben es den 27. Juni, meine Lieben Freunde, ja, also sprich, ein Tag über Release. Ich glaube, Fero hat sich da im Internet, äh, auch unter seiner Fero 47 Homepage YouTube Hauptkanal sich auch vertan. Der hat nämlich da auch eingegeben, dass es heute um 18 Uhr irgendwie rauskommt. Könnt ihr auch reinziehen, könnt euch anschauen unter dem Trailer, ist auch alles vermerkt, meine Lieben Freunde. Also, ich erzähle keinen Quatsch, ich danke euch fürs Einschalten, meine Lieben Freunde und peace and out und zieht euch weiter. Doggy3DL rein, peace!